Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Thema Verantwortungsbewusstsein und warum das eine zentrale Fähigkeit ist, wenn du im Network Marketing erfolgreich werden möchtest. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt einfach dran und lass uns gleich loslegen. Zunächst mal ist ganz wichtig die Erkenntnis, dein Business, deine Verantwortung. Also wir müssen 100% uns klar darüber sein, dass wir alleine die Verantwortung für unser Geschäft haben. Ist nicht immer so, ja, selbstverständlich, wie es sich vielleicht jetzt gerade anhört, weil wie oft lese ich in irgendwelchen Gruppen oder in irgendwelchen Foren, ja, mein Sponsor hilft mir nicht, ich bin beim falschen Sponsor eingestiegen, ich bekomme da keine Unterstützung, etc., etc. Ja, da sind wir nämlich schon beim Kern der Sache. Wenn heute jemand, ja, also ich schlage da einfach mal so einen kompletten Perspektivwechsel vor, ja, ich meine, bei diesen Aussagen sieht man ja auch immer nur eine Seite, aber ich schlage mal trotzdem einen kompletten Perspektivwechsel vor. Mal angenommen, du würdest heute in der freien Wirtschaft da draußen ein Unternehmen gründen, ein Geschäft aufmachen, dann wüsstest du von Anfang an, ja, dass du auf dich allein gestellt bist. Das heißt, du weißt von Anfang an, du würdest auch nicht einfach mal so auf die Idee kommen, zum Gewerbeamt zu laufen, Gewerbeamt zu melden und gucken, was passiert, sondern du würdest von Anfang an dir ganz klar überlegen, was willst du machen, welches Problem kannst du lösen und in welche Richtung geht das Ganze. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und dann würdest du sofort die Verantwortung übernehmen, weil du weißt, du hast niemanden, der dir hilft. Stell dir mal vor, du machst eine Bäckerei auf, gegenüber ist ein Bäcker und du würdest zu dem Bäcker rübergehen und würdest dem fragen, hey, kannst du mir deine besten Rezepte geben? Der wird dich, ja, der wird dich des Feldes verweisen. Ja, das passiert in der freien Wirtschaft so nicht. Und im Network Marketing ist es doch viel, viel besser geregelt, weil wir in ein Team eingebunden sind, weil wir einen Sponsor haben, der uns gegebenenfalls auch unterstützt, weil wir ein Unternehmen haben, welches uns gewisse Hilfsmittel zur Verfügung gibt, stellt und wo du auch als Vertriebspartner dich melden kannst. So, aber was wir nie tun sollten ist, unsere Verantwortung abzugeben und zu sagen, oh, ich kann meinen Sponsor nicht erreichen, jetzt kann ich nicht arbeiten oder ich komme nicht voran, weil ich das und das nicht habe. Wenn das in der freien Wirtschaft passiert, dann muss die Person sich halt eben dieses Know-how extern einkaufen oder muss es sich aneignen. Willkommen im Geschäftsleben. Ja, es ist halt einfach so. Das heißt, wir können nicht hergehen und können sagen, naja, die Person macht nicht das, was ich von ihr jetzt erwarte. Ja, deswegen mache ich nichts. Warum hat man dann ein Geschäft gegründet? Ja, also das meine ich damit. Wir müssen bereit sein, die Verantwortung für unser Geschäft zu übernehmen und das Geschäft auch als etwas sehen, was es ist, nämlich ein Geschäft. Weil vielleicht ist es ja aber auch so, dass dein Sponsor oder dein Team regelmäßige Schulungen anbietet, ja, du aber nicht hingehst und vielleicht noch nie produktiv warst, also ich spreche jetzt nicht von dir persönlich, sondern allgemein, ja, dass eine Person vielleicht, dass jemand Schulungen anbietet und eine Person geht halt nicht hin, erwartet aber eine Eins-zu-eins-Betreuung, ja, dass der Sponsor sich, was weiß ich, zwei, drei Stunden Zeit nimmt, einmal am Tag oder mehrmals die Woche, ja, um eben, ja, zu helfen. Das Helfen ist ja auch okay, aber dann muss natürlich auch die Umsetzung kommen, ja, und das ist halt etwas, was oft, ja, dann halt auch nicht immer der Fall ist, ja, vielleicht ist auch das der Grund, warum dann halt, ja, manche Menschen eben halt nicht mehr so oft erreichbar sind. Also es könnte auch sein, das wäre halt definitiv der falsche Weg. Was ich damit sagen will, ist, dass wir einfach uns hinterfragen sollten, ja, und wir müssen einfach lernen, weißt du, es gibt da draußen super viele Woller, aber es gibt nur wenige Macher, ja, wenn du die Menschen fragst, willst du mehr Geld, dann werden dir viele sagen, ja, will ich. Wenn es aber dann darum geht, die Dinge dann auch umzusetzen, dann werden viele Menschen das einfach nicht tun, ja, weil dann das Geld doch nicht so wichtig ist. Und deswegen, denk immer dran, dein Sponsor ist vielleicht schon ein Stück weiter als du, ja, und dann musst du halt einfach auch dafür sorgen, ja, dass du auch in den Fokus des Menschen kommst, ja, weil wenn du einen super erfolgreichen Sponsor hast, der hat ja auch viel zu tun und wenn jetzt aber jemand zu ihm kommt, der einfach immer nur reden, reden, reden will, aber nichts umsetzen will, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass die Person halt schwerer erreichbar ist, ja. Also, frag nicht immer, was kann der Sponsor, das will ich eigentlich damit sagen, ich hoffe, ich habe das irgendwie klar herausstellen können, frag nicht immer, was andere für dich machen können, sondern frag doch vielmehr du dich, was kannst du für andere tun oder wie kannst du es schaffen, dass andere Menschen dir gerne bereitwillig die Tipps geben, ja. Und da fängt es an mit dem Thema Verantwortungsbewusstsein. Wir sind für unser Geschäft selbst verantwortlich, auch dafür, wie es läuft. Wir sind dafür verantwortlich, wo wir uns das Wissen herholen. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir das Ganze umsetzen, unabhängig davon, wer jetzt dann der Sponsor tatsächlich ist, ja. Du hast dich entschieden, ein Geschäft zu machen und in dem Moment, wo du das Geschäft eröffnest, ist es völlig irrelevant, wer der Sponsor ist. Es ist völlig irrelevant, welche Unterstützung du bekommst, sondern es ist für dich nur entscheidend, dass du mit deinem Geschäft Ergebnisse erzielst und dafür wirst du halt eben alles Notwendige tun, die entsprechenden Schritte zu gehen, dir die entsprechenden Hilfen eben zu organisieren. Okay, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen und konnte rüberbringen, um was es mir in diesem Video ging. Wichtig, wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion über einen Daumen hoch, würde ich mich natürlich auch freuen. Auch deine Meinung zu dem Thema würde mich sehr stark interessieren. Also lass uns da über die Kommentare einfach mal in Austausch gehen. Abonnier den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und unterhalb des Videos findest du auch noch eine Textbeschreibung. In der Textbeschreibung findest du weitere Infos, wie du ja mit mir persönlich zusammenarbeiten kannst. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, das Ganze war für dich wie immer hilfreich und ich konnte dir so den einen oder anderen Gedanken ja hier mit auf den Weg geben. Ja, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.